So, wo sind wir denn? Da schon, okay. Auf dem Friedhof. Da sind wir hier. Wir nehmen ein bisschen Steine mit, dann müssen wir nicht abarbeiten, alles. Wir können auch ein bisschen mitnehmen. Hier habe ich schon mal, ach hier ist das Loch, genau. Hier habe ich schon mal Bäume abgefüllt. Was war das gerade da für ein Viech? Pick up Guanoape. Ich kann natürlich auch mit Guanoape dünnen. Das ist ja auch was. So, runter gehen wir da. Yes. Kommen die Schweine mit? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Ja, ja. Steine mit geht an. Ne, ich glaube die kommen nicht mit. Mist. So. Meine Waffe ist fast down. Super. Moment, kann ich hier eine neue machen? Natürlich nicht. Ich fände mir die andere Maschine für. Oder kann ich mir eine neue machen? Doch klar. Ich muss nur ein Seil craften. Wie war das mit dem Gras und so? Ne, haben wir natürlich nicht. So. Na, lassen wir die Waffen einfach mal hier. Und dann tun wir die hier hin. It's so dark. Da ist mein Feuerchen. Ich sehe nichts. Natürlich muss man im Feuerzimmer auch mal sehen. Ach, geh doch weg. Jetzt stirb, du Köln-Spinne. Oh, da kommen noch mehr. Ja, ist kein Problem. Los. Ne, noch einer. Noch einer. Und noch einer. Wie viel kommt denn da noch? Alter. Na, noch lebe ich. Noch lebe ich. Noch lebe ich. Noch lebe ich. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Wieso kommen denn noch? Wieso kommen denn noch? Alter. Versuch einfach dein Glück weiter. Versuch dein Glück weiter. Nein. Bam. Tod. Jawohl. Ich müsste aber noch so einen Stein haben. So einen Touchstone, oder? Wenn ich mich nicht irre. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Wieso schaust er denn hier wieder auf? Schön. Ohne Fackel komme ich dabei jetzt nicht. Kann ich da nichts machen. Meine ganzen Items, die geht es da unten. Das ist ungünstig, würde ich mal behaupten. Kann ich eine Fackel machen? Was brauche ich dafür? Noch so einen Stick. Und denke mal, ich brauche zwei Sticks. Und wie viel, was brauche ich noch dafür? Ich muss ja jetzt erstmal runter gleich. Um meine Sachen wieder zu holen. Noch zwei Gras. Dann mache ich zwei Fackeln. Dann hole ich meine Sachen. Und dann renne ich wieder raus. Ist das ein Plan? Der wird herrlich, der Plan. Ich brauche nämlich das Fleisch, das auch nicht. Sonst breche ich gleich bald ganz durch. So. Nicht in die Hand nehmen direkt. Zank, danke. Ich habe da echt viele von getötet schon. Aber es sind ja so viele, die dann einfach mal ankommen. Ja, nochmal rein. Hilft ja nichts. Wir müssen nochmal rein. So. Okay. Dann. Nimm das in die Hand und renn los. Ich hoffe, wir leben nicht mehr so viele. Hoffen kann man. Ja, hier ist mein ganzes Zeug. Komm, alles einsam. Alles einsam. Alles einsam. Alles, was du kriegen kannst. Alles einsammeln. Alles einsam. Alles einsam. Alles einsam. Alles einsam. Alles einsam. Alles mir. Alles mir. Lalalala. Lalalala. Haben die mein Fleisch? Vielleicht haben die gegessen, ne? Klar. Ja, dann hau ich mal besser ab. Ich habe zumindest alles wieder, was ich brauche. Schnell nach oben. Ich habe nämlich nichts mehr, was mir irgendwie... mein Herz ausgesucht ist kaputt gegangen, ne? Ja, ja, ist aber auch kein Problem. Überhaupt kein Problem. Okay, rennen wir nach Hause und suchen uns ein bisschen was zu essen. Ich glaube, ein bisschen habe ich ja noch hier. Ich halbe mich mal ein bisschen. Und dann werde ich gleich Trockenfleisch essen müssen. Ich habe so viel Trockenfleisch. Das ist echt doof. Das war echt jetzt doof von mir. Aber ist egal, wir leben noch. Was wollen wir mehr? Wir leben noch. Haben keinen Schutz mehr, haben gar nichts mehr. Wird also, das Fleisch ist weg. Ah, nein. Ich wollte doch so ein Meat-Effektiv bauen. Gut, dann werde ich ein paar Schweinschlachten gehen müssen. Das hilft ja nichts. Das müssen wir mal machen, ne? Hallo, wo wollt ihr denn hin? Ah, dann gehen natürlich alle drei auf mich los. Natürlich. Ähm, bist du bescheuert? Ne, die drei sind ein bisschen viel. Renn einfach weg. Renn einfach weg. Einfach wegrennen. Schön in der Straße nach. Äh, ne, ich muss ja runter, glaube ich. Jo. So, lässt ihr mich in Ruhe? Okay, ihr lasst mich in Ruhe. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ähm. Ich glaube, die sind nicht mehr an mich gebunden, weil ich gestorben bin, ne? Äh. Äh. Gut, dass ich noch einen eben hatte. Ah, herrlich. Da waren dann doch zu viele, mit denen ich mich angelegt habe. Oh, das ist alles fertig. Das ist ja wunderbar. Aber zumindest können wir uns dann gleich wieder hochheilen. Oder ich warte ein bisschen, bis ich ein bisschen so down bin, dass ich mir, ähm, ähm, dieses Schattenzeug farben kann. Natürlich ein bisschen blöd ohne, ohne, ohne Ausrüstung. So, weiter. Eine Falle muss ich aufbauen. Dafür fehlen mir leider ein bisschen Gras. Ah, hier ist noch eine Falle kaputt. Okay. Noch eine Falle kaputt. Ach, du Schande. Oh, Sticks sind da. Das ist ja wunderbar. Das Gras ist noch nicht gewachsen, ne? Nein. Ah, die Viecher werden schon auch wieder größer, indem ich hier angreife. Nimm das und setz das wieder richtig. Noch frauen die Viecher ab. Okay. So. Ja, ja. Häng mal auf. Häng mal auf alles. Ach ja. Ach ja. Das Leben könnte so schön sein. Ess mal ein bisschen davon. Einfach mal wieder, um deinen geistigen Zustand, dein Leben und dein Essen und Hungergefühl wieder hochzukriegen. Perfekt. Acht Stück reichen, um alles wieder ziemlich aufzufüllen. Ach ja, ach ja. Echt doof gelaufen. Echt doof gelaufen. Hier aus kann man doch irgendwas machen mit den Ratscam. Ich weiß, dass man da irgendwas draus machen kann, womit man überlebt. Eine Weile. Einmal zusätzlich. Ich hab keine Ahnung, da müssen wir eben schnell gucken. Papyrus. Ne, das war irgendwas anderes. Ja, irgendwo hier drunter. Da. Ah, dafür brauche ich nur, äh. Das hier. Nightmarefall. Ist ja easy. Und was haben wir dann? One-Man-Band. Even when crazy music can... Ne, das war das nicht. Das war das hier. Nightlight. Light the night with your dreams. Äh, okay. Nachtlicht. Interessante Sache. Interessante Sache, interessante Sache. So, ich muss mal kurz kurz was gucken. Ähm, ein... Ne, das ist falsch. Ähm, hm. Da. Jetzt hab ich's gefunden. 2 Uhr 26. Das heißt, um 56 müssten wir jetzt eigentlich schon fertig sein. Wir haben drei Folgen abgedreht, ne? Ich werd auch mal eben hier das Zeug einsummeln. Ah, toll. Die ganzen Fallen lassen jetzt nach. Ich werd auf jeden Fall viel Gras jetzt brauchen. Ah, schon wieder eine Falle liegen da. Ah, okay. Ich werd hier jede Menge Gras brauchen. Soviel hab ich ja im Leben nicht. So, wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. Sticks müsste ich eigentlich gleich genug haben. Die werd ich gleich nochmal abdernten. Nehmen die noch eben abdernten in dieser Runde. Oh mein Gott. Schwere Sprache hier. So, also ich dürfte ja letztendlich bauen können. Okay. Gehen wir eben hier unten die Steine abfahren. Äh, die Steine. Genau. Ah, Moment. Äh, die Stöckse mein ich. Vorher packe ich allerdings die Dinger nochmal eben schnell in den Vogel rein. Gif, Gif. Hallo, ich hänge auch nochmal eben auf. Danke. Hau bloß ab, du Vogel. Das sind meine Pflanzen hier. Die ich züchte hier gefälligst. Bin doch der fleißige Gärtner. So, okay. La, la, la. Jetzt können wir die Stöcke abernten. Jawohl. In der Fall habe ich sie angefangen, damit wir hier schön eine schöne Stockfarbe haben. Herrlich. Ach ja, wie viel habe ich denn da von den Pflanzen verdienen? Vielleicht habe ich genau 20, oder? Dann müsste ich eigentlich, ich habe glaube ich zwei Zehner rein aufgebaut. Müssten also genau 20 sein. Das ist herrlich. Ja, das hätten wir, ach so, jetzt noch einer. Oh, 21, vielleicht hätte ich noch einen, okay. Das kann natürlich sein. So, habe ich noch ein bisschen Shit. Shit habe ich noch ein bisschen. Aber ich kann auch die Guano-Shit nehmen, oder? Zum Fertilisen. Hallo, ich wollte die Guano-Shit nehmen. Jetzt hör doch auf hier. Genau, dann nehmen wir die hier raus. Fertilise. 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 Ich glaube, das muss man alles düngen. So, die Nacht ist gleich rum. Wir machen noch ein kleines Feuer hier dann. Ganz kleines. Ernt noch ein bisschen Gras. Ist nicht der Regelwert, aber so ein bisschen halt. Und dann würde ich sagen, werden wir diese Aufnahme schon wieder beenden. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Don't stuff. Ja, bis dahin. Tschüss.